Brennende Barrikaden, Böller und Flaschenwürfe gegen die Polizei. Lange hatte es so ausgesehen, als könnte es nach dem Hamburger Schanzenfest in diesem Jahr friedlich bleiben. Doch dann kam es doch noch zu den befürchteten Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen die Randalierer ein. Etwa 30 bis 40 zum Teil vermummte Störer hatten gegen zwei Uhr eine Sparkassenfiliale beworfen und versucht, die Tür aufzubrechen. Daraufhin rückten die Beamten vor und wurden aus einer Gruppe von etwa 300 Leuten heraus mit Flaschen, Steinen und Böllern angegriffen. Daraufhin nahm die Polizei 13 Störenfriede vorläufig fest. Die Beamten waren zunächst im Hintergrund geblieben, um keine Randale zu provozieren, auch nachdem das Feuer vor der Roten Flora entfacht worden war und immer höher wurde. Die Eskalation wurde großgeschrieben in dieser Nacht und so war zu beobachten, dass genervte Anwohner der Schanze versuchten, die immer wieder auftauchenden Störenfriede aus dem linksautonomen Spektrum daran zu hindern, Blockaden aufzubauen und die Feuer zu entzünden. Bei Messerstechereien nach dem Fest wurden zwei Männer verletzt. Ein 29-Jähriger erlitt nach Mitternacht vor der Roten Flora vier Stiche in den Oberkörper und wurde laut Polizei noch in der Nacht notoperiert. Vernehmungsfähig sei er jedoch noch nicht. An gleicher Stelle war kurz zuvor ein 27 Jahre alter Mann vermutlich durch einen Messerstich oberflächlich verletzt worden. Nach eigenen Angaben hatte er versucht, einen Streit zu schlichten. Erst am frühen Sonntagmorgen beruhigte sich die Lage. Die Stadtreinigung beseitigte die Trümmer eines Schanzenfestes, das nie in den vergangenen Jahren zuvor friedlich begonnen und im Krawall geendet hat.